Sind heute Abend Anarchistinnen anwesend oder Anarchisten? Schön. Und die, die sich nicht gemeldet haben, vielleicht wüsst ihr es einfach nur nicht. Weil wann immer ihr euch mit Leuten zusammentut und selbstbestimmt und herrschaftsfrei handelt, handelt ihr eigentlich auch anarchistisch. Und das nächste Lied ist für euch. Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen uns. Wir verlieben uns, wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lesen, dass die Wirklichkeit erfordert. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchter in die Hände der Stadt. Und das Herz ist ein Kostel, der größte eine Faust. Und das Herz ist ein Kostel, der größte eine Faust. Wir klauen in Supermärkten, wir klauen in Supermärkten, wir lesen und bauen das Schöne aus den Trümmern dieser Welt. Wir sind schwach und wir sind stark und schon mit Tränen in den Augen, niemals Zeit in die tragischen Masse zu werfen. Wir kämpfen um unsere Lieben, unsere Veröffentlichung mit Leidenschaft und der Gewissheit, dass das Unmögliche möglich ist. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Wir bleiben der Arbeit fern, wir schränzen die Schule und übernachten auch Fäuserdöcher. Wir sind solidarisch, wir helfen anderen und riskieren aber auch Schwieger und Tritt. Unsere Träume, unsere Veröffentlichung mit Leidenschaft, unsere Veröffentlichung mit Leidenschaft und übernachten auch Fäuserdöcher. Und wir das mit den letzten lebenden Menschen schwingen. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust.